Ja zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Binding of Isaac. Jawoll! So, wir werden einfach wieder mit Isaac spielen, den Rest haben wir ja leider noch nicht. Und dann schauen wir einfach mal, wie weit wir kommen. Boah, zum Glück... Zum Glück keine, die ihre Regel haben und aus dem Kopf bluten. Oder aus dem Hals eher, weil die sind ja, die haben ja keinen Kopf mehr. Ich bin zum Glück noch nicht so weit, dass ich den Kopf verliere. Aber mal schauen, wie lange das noch dauert. Ich bin gut. Wie soll das nur mit mir weitergehen? Ach du Scheiße, ich bin jetzt gegen ihr Herz gehabt. Ach ja, 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 wo ist der Itemraum? Ach, da ist er ja. Wenn man vom Teufel spricht. Aha, was ist das? Sie grow inside. Aha. Okay. Kein Plan, was das macht, aber... Mal schauen. Ach, ich will irgendwie damit ab oder so. Nicht wirklich, ne? Was? Nein, 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 nein. Ähm. Nee. Weg. Dankeschön. So. Ach, dann kommen wir schon direkt zum Boss. Hehe. Mit zwei Herzen. Hehe. Äh. Keller Run. Boss. Los geht's. Oh, gegen Pin. Hallo, Pin, na? Die Pinne. Ey, Pinne. Was ich halt ja auch treffe, wenn er im Boden ist. Macht voll Sense. Fick dich. Ah, ich renne in ihn nur noch rein. Und jetzt meine Bombe. Das ist ja gut. Das ist geil. Stimmt, ich hätte noch einen Reimraum suchen können. Ei, 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 ei. Ja, komm, stirb doch mal. Ja, wieso werde ich denn da getroffen? Wieso? Kann mir das mal jemand erklären? Dinner. HP up. Yay. Äh. Und keine Bomben mehr mehr für den Geheimraum. Ab in die nächste Ebene. Das fängt ja schon mal gut an. Das fängt schon mal so gut an. Ah, ich bin ein wunderschönes Mädchen. Ah, wieso mobben die mich? Ich bin doch gar nicht Homo. Kommt jetzt die Fliechen her? Kriegen wir nach jeder Ebene jetzt Fliegen oder was? Ah, ich brauche einen Schlüssel. Ja, erstmal schauen, ob wir hier Kohle oder Schlüssel bekommen. Ach, Kohle. Und, ne, jetzt cool. Ach, deswegen sind wir jetzt... Ach, deswegen. Irgendwie jetzt Spinnenweben ist das alles so langsam. Fick dich. Nee, machen wir nicht. So gut bin ich auch nicht, dass ich das mache. Klasse, die Spinnenweben. Geh mal erst nach rechts. Warte politischen Richtung nach. Ah, hier. Ja, Dingsen machen können. Naja. The Empress. Was macht das? Ich bin so gut, dass ich die Sachen alle so vergesse. Oh, meine Fliegen sind weg. Nein. Wo sind denn meine Fliegen? Meine Fliegen. Oh, eine Bombe. Geil. Ich brauche aber einen Schlüssel. Schlüssel. Das ist kein Schlüssel. Das ist kein Jim Bean. Oder wie hieß die Werbung noch? Ah, Leute. Ich brauche einen Schlüssel. Höh. Diep. So, du auch hier. Und jetzt gibt es einen Schlüssel. Diep. Wir haben ja nicht mal einen Schlüssel, um in den Shop zu gehen. Toll. Ähm. Ja, haben wir oben nur die Dingsmaschine. Die Wheel of Fortune. Die Schlüssel. Wir haben gleich nicht mal einen Schlüssel und kein Geld mehr. Ich sehe es schon kommen. Gib jetzt. Gib jetzt. Oh, gib Schlüssel los. Alter. Gib Schlüssel jetzt. Stirb. Gib Schlüssel. Pinky Eye. Na gut. Äh. Hatten wir ja schon mal mit dem Item Raum, dass wir da nicht rein konnten. Äh. Deja Vu. Ach. Gegen Widow. Boah. Eine Riesenspinne. Mit umgequältem Kopf. Dem steht die Welt. Super. Bei ihm steht die Welt auf dem Kopf. Ja. Komm. Fick dich. Ei, ei, ei. Mom's Lipstick. Range up. Cool. So kommen wir dann das jetzt ran. Ja. Wir haben aber immer noch keine Schlüssel. Keine Bomben. Kein Geld. Das ist geil. Ah. Äh. Ah. Da hat er wieder ein Geschenk. Ah. Und da kriegt er Code als Geschenk. Das haben wir doch schon immer gewünscht. Jetzt bin ich aber neidisch. Ah. Der Kleingeldmann. Hallo Kleingeldmann. Na. Wie geht's dir? So. Stirb. Bäm. Ah. Ein Rüstungsherz. Ah. Will haben. Will haben. Oh. Oh. Voll. Der Herzemann. Der Kleingeldmann. Ohne mich. So. Ich würde ja gerne Kleingeldmann. Aber ich kann nicht. Tut mir leid. Schlüssel. Meiner. Jeff. Stirb. Oh. Kleingeld. Und der Eisenbraun. Geil. Ja. Komm. Hör auf zu husten. Geh zum Arzt. So. Ah. Dann haben wir Kleingeld. So. Was haben wir hier? Sister Maggie. Ah. Jetzt habe ich so ein kleines Fisch hinter mir. Cool. Hör auf zu husten. Holt uns was von Ratio Farm oder so. Meine Fresse. Ja. Komm. Ich kann euch zu meinem Hausarzt schicken. Der ist ganz gut und so. Äh. Bombe. Noch mehr Huster oder was? Stirb jetzt. Stirb. Stirb an deinem Husten. So. Und mit keinem Geld. So. Und dann kommen wir direkt zum Boss. Weil wir nicht mal nach dem Geheimraum suchen können. Weil wir keine Bombe haben. Geil. Äh. Wir haben auch keinen Schlüssel mehr. Ach. Das läuft doch wie geschmiert. Das sage ich euch. Nicht. Äh. 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 Was soll's. Fistula. Ach. Die wird jetzt aber richtig gefistet. Genau. Die Scheiße war das ja. Ich hab nicht schon mal so viele Herzen. Ich hab immer noch nicht so viele Herzen. Oh. Herzen. Oh. Und was haben wir hier? Tier ist ab. Oh. Oh. Geil. Aber kein Bombe oder Schlüssel. Also ab in die nächste Ebene. Wow. Vierte Ebene. Mensch. Ich bin heute gut. Was ist los? 9 Uhr morgens. Ich bin gut. Ja. Ich nehm nur 9 Uhr morgens auf. Deswegen krieg ich auch gerade so wenig. Ja. Kennst du ficken? So. Hier. So. Was haben wir denn da? Money. 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 Und ne Bombe. Äh. Ja. Ja. Fick dich. Huiuiui. Ähm. Hm. Ich will da ran. Noch mein Kleingeld. Yay. Hm. Vielleicht können wir diese Ebene sogar in den Shop. Unter einem Raum, wenn wir zwei Schlüssel finden. Ja. Oh. Oh. Komm. Schlüssel. Yay. Fickt euch. Fickt euch ganz hart. Ich will den Schlüssel für den Itemraum nicht für den Job haben. Dankeschön. Oh, da ist noch ein Schlüssel. Wir haben keine Bombe mehr. Äh, was war das denn noch? I've seen everything. Okay. Ich weiß jetzt nicht, was das für einen Sinn macht, nicht zu haben. Ein Nickel. Also, Geld für den Job haben wir. Es fehlt uns nur eine Bombe. Wo wir die herbekommen, weiß ich nicht. Vielleicht droppt da gleich irgendwo eine. Äh, hätten wir mal die Bombe von da hinten behalten. Hehe. Ja, na gut. Ah, wir... Ah, wir sehen den... Ah. Hey. Das ist cool. Die hätten wir ruhig in Ebene 1 schon haben können. Naja. Ach, noch ein Schlüssel. Damit kommen wir in den Job rein. External life. Okay. Ich weiß nicht, was das macht. Äh, wollen wir nach oben? Nach rechts? Ich gehe jetzt mal in den... Äh, ich gehe jetzt mal Richtung Shop. Mal sehen, was wir da leckeres haben. Wir haben ja 15 Geld. Ja, 15 Geld haben wir. Mal schauen, was wir haben. Wenn nichts Interesse haben. Ist das nicht der Kleingeldmann? Wenn ich nicht sterbe, hält's das. Stirb! Ei, 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 ei. War ein bisschen too risky. Ach, noch ein Schlüssel. Toll, ich hätte nichts gegen eine Bombe. Toll. Aber wenn wir in den Shop eine Bombe kaufen und dann sowas... Äh... ...hätten wir uns auch sparen können. Ei, ei, ei. Das kann ja was werden hier. Das kann ja was werden. Ah. Ey, wieso lebst du noch? Ah, will nicht einsammeln. Wir kriegen zwar nach der Ebene ein Herz, aber... Beim nächsten Treffer verlieren wir das doch, oder? Ah, ne Bombe! Äh... Ne. Ich will da hinten. Ich will da hinten ran. Ich will da hinten ran. Ich will da hinten ran an die Kiste. Ups. Hallo, Kleingeld. Na? Ach, geil. So. Geh ich da noch nach rechts? Eigentlich haben wir ja alles. Wir haben den Itemraum. Wir haben den Geheimraum. Eigentlich könnten wir ja zum Boss. Das war auf ganz epische Art und Weise nicht. Schade. Ja, wir gehen mal zum Boss. Ich will nicht noch mehr verliehen, als ich jetzt schon hab. Schauen wir mal. Ach, Gurdi. Hallo, Gurdina. Ja, und da haben wir das Herz verloren. Ich wusste, das ist doch scheiße. Kannst du sterben? Boah. 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 Spelunker has appeared in the basement. Ei, ei, ei. Tier ist ab. Oh. Regt mich da sich grad alles auf. Was macht der Empress eigentlich? Fällt mir grad so auf. Ich hab die Karte ja noch. Ui, ui, ui. The Depth 1. Ui, ich komm mir heute richtig weit. Und da ist auch wieder ein wunderschönes Mädchen, Isaac. Ist ja nicht schön. Und direkt den Geheimraum gefunden. Geil. So. Was ist mit dir da hinten? Fick dich. Fick dich hart. Gib mir Herzen. Na. Nur noch ein Herz. Das wird nix. Oh. Cool. Mr. Boom. Homing Bombs. Haben wir jetzt nicht größere Bomben? Wie war das noch? Auf jeden Fall. Oder. Ne. Wir haben fünf Bomben bekommen. Cool. Und zwei Schlüssel haben. Ja. Bombt euch doch mal selber weg. Au. Natürlich muss ich nochmal. Am besten wäre das jetzt hier so. Okay. Ich wollte gerade sagen. Hier, wo man ein halbes Herz verliert. Leute. Ich hab. Ich hab nur noch ein halbes Herz. Wollte ich sagen. Ach. Oh. 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 Natürlich geh ich instant wieder hier rein. Weil ich hab's voll drauf und so. Oh. Nein. Fick dich. Fick dich. Und das war's. Ah. Ja, Leute. Das war's. Mit einem etwas epirischeren Run. Als davor. Der ging schon etwas länger. Das war geil. Und ich hoffe, beim nächsten Mal sehen wir uns dann wieder mit, äh, mit so einem Run. Wer nice. Schauen wir mal. In diesem Sinne sage ich wieder Schauen, Reingauen und bis dann. Tschüss. Tschüss.